Wie kann ich das am besten nicht sagen? Wäre möglich? Ja? So nochmal, oder? Ja. Mitarbeitervideo, die erste, Thaler. Ich bin der Thaler Günnes, bin Junior Consultant. Ich erstelle Konzepte, um Probleme unserer Kunden mit SharePoint zu lösen. Ich habe an der Uni Salzburg studiert. Ich habe ein Praktikum für die Uni gebraucht. Und dann bin ich aufmerksam auf die ACP geworden. Und dann wollte ich das Praktikum absolvieren. Danach hat es mir so gefallen, dass ich da einfach weiterarbeiten wollte. Was mir gefällt, ist, dass jeder jedem hilft. Wir haben auch In-House-Trainings. Das finde ich eigentlich auch super. Und auch mit Kollegen kann man jederzeit mit, egal mit wem, über welche Themen auch Fragen stellen und auch Hilfe bekommen. Also Kundenanfragen richtig zu verstehen. Und auch sofort mit Ideen zu kommen. Auch wenn das nicht verlangt ist, kommt es immer besser, dass man eine gleiche Idee hat oder weiß, was umgesetzt werden kann und was nicht. Beim Niesen die Hände vor den Mund halten.